Dieses Jahr laufe ich meinen ersten Marathon. Ich laufe dieses Jahr meinen zweiten BMW Berlin Marathon. Ich habe seit sieben Jahren in Berlin gelebt. Ich habe hier verabschiedet, weil ich den Marathon verabschiedet habe. Das war der Entschuldigung in die Stadt. Laufen ist für mich Freiheit. Rennen hat mich an jedem Schritt in meinem Leben geholfen. Es hat mich über die Welt gebracht. Es hat einige meiner besten Freunde gebracht. Es ist sehr stark. Ich glaube, der BMW Berlin Marathon ist deswegen so besonders. Weil es einfach 42 Kilometer lang Party ist. Die Cheering Zone explodiert an jeder Ecke. Es gibt keine Ecke, wo es mal ruhig ist. Und es war emotional extrem ergreifend, auf dieser Strecke zu sein. Ich trainierte vieler als immer. Also für dieses Wochenende bin ich sehr glücklich, das hartes Arbeit zu feiern. Ich würde wahnsinnig gern mal einen Marathon mit einer 3 vorne laufen. Mein persönliches Ziel für den Marathon ist ankommen.